so da werden wir wieder das war jetzt nicht so einfach die ganze Geschichte mit der Webcam und zwar kommen wir darauf das soll eine kleine Videoantwort werden zu Gong 108 Yoga die Schlangenkraft Prozent keine Kritik sein es soll eine Anregung sein verschiedene Gesichtspunkte zu vergleichen mit dem Thema zu befassen ich hoffe das wird positiv aufgefasst Patanjali sagt hier am Anfang es wird bei Patanjali gesprochen die Definition von Yoga die Übersetzung davon lautet Yoga ist der Vorgang durch den man das Bewusstsein vom Äußeren zurückzieht und auf die Transzendenz lenkt so in diesem Sinne lenkt man das Bewusstsein auf die wahre Identität auf das Selbst auf die Transzendenz Transzendenz beinhaltet da noch einen schönen Aspekt denn es ist ja die Frage wie man die Dinge sieht es wird in den Veden auch gesagt außer Brahman existiert nichts aber derjenige der etwas getrennt von Brahman sieht der etwas getrennt von Gott sieht der ist durch den Schleier von Maya beeinflusst und wenn hier später in dem Video gesprochen wird von Union zwischen dem Atma der Seele und dem Paramatma also Gott dann ist das eine relative Union in der Bhakti Schule wird das so bezeichnet dass es wird als Pranai bezeichnet das heißt es ist eine Einheit des Herzens und Fühlens und auch Wollens das heißt es ist keine separate Agenda mehr da des Lebewesens und es ist aber nicht so dass die Personen verschmelzen weil sonst wäre ja auch kein liebevoller Austausch da und vor allen Dingen auch noch andere Punkte die ich dann später ansprechen möchte so dann das nächste wo ich darauf eingehen möchte ist das Wort Samadhi Samadhi wird im Englischen auch übersetzt als Seen das ist gut zu merken einfacher als im Deutschen also das gleiche und die kommt von Buddhi Intelligenz so man gelangt in Samadhi wenn man keine eigene Agenda mehr hat dann wird man eins mit der göttlichen Intelligenz das wird in der Bhagavad Gita im Vers ich glaube es ist 1854 beschrieben als Brahma, Butta, Prasanatmana, Sochati, Nakangshati und man sieht keinen Unterschied zwischen den Lebewesen Gold und ein Stück Abfall wird jetzt gleich wertvoll angesehen und macht immer noch Unterschiede im Praktischen aber man sieht alles als verbunden mit Brahman und wer auf dieser Stufe ist der kennt kein Freund kein Leid kein Feind und der kann dann wirklich Liebe zu Gott entwickeln davor ist es nicht möglich weil man immer diese egoistischen Unterscheidungen macht Gott ist nicht parteiisch wie wir gut das ist ein Punkt ich möchte nicht zu weit abschweifen weil die Zeit ist ja auch immer begrenzt das wissen wir gut dann wird weiterhin gesagt Yoga wäre also sagt dieser Herr da in dieser Schrift in diesem Schlangenkraftbuch Yoga sind die Mittel und nicht das Resultat Yoga ist nicht das Ergebnis das ist natürlich wie wir gesagt haben der Vorgang mit dem man das Bewusstsein nach innen lenkt aber Yoga bedeutet auch noch Verbindung das heißt man ist dann in Yoga und dieses Yoga führt man auch weiterhin aus wenn man verbunden ist das ist nur ein Gedanke den man da auch noch mit reinnehmen kann so dann ging es darum um die Verbindung mit dem Paramatma also die scheint scheint nicht da zu sein für das Lebewesen aber ist immer da nur das bedingte Lebewesen nimmt das nicht wahr weil sie sich von Paramatma abgewendet hat und von seinen Wünschen und seiner Gemeinschaft aus Egoismus heraus wollte sich selbst ins Zentrum stellen aber Paramatma ist im Zentrum der Ursprung von allem und während Paramatma sich dessen immer gewahr ist und auch dieses Lebewesen dieser Jiva dieser Seele immer gewahr ist es wird da auch beschrieben in den Veden das sind wie zwei Vögel die in einem Baum sitzen der eine beobachtet und der andere kostet die Resultate seines Karmes das ist die individuelle Seele Gott ist immer Gott und er ist unbarteilig und er gibt die Resultate und wir kosten von diesem Baum des Karmes sollte man vielleicht mal drüber nachgedacht haben dann weiter geht's mit Rupa Rupa ist Form und zwar Rupa wird als formlos beschrieben das kann teilweise so sein muss aber nicht sondern zwar Rupa kann auch persönliche Form oder innere Identität bedeuten das auch noch mal zu bedenken je nachdem in welchem Zusammenhang dieses Wort gebraucht wird dann müssen wir mal gucken seit jetzt schon vorüber ist was sagt denn hier der Kollege 6 Minuten wir haben noch ein bisschen Zeit dann geht's weiter mit wenn Brahman unter Verdrängung alles übrigen den Geist völlig und ständig unter Besitz nimmt ja das ist etwas was vielleicht auch ein bisschen an Übersetzung liegt ich weiß nicht ob das im Originalenglisch auch so ist Brahman wird beschrieben als das vollkommene Ganze da gibt es im Prinzip nichts zu verdrängen das hört sich dann ein bisschen seltsam an vielleicht Maya Illusion ist etwas als getrennt von Brahman zu sehen so es geht eigentlich im Prinzip nur darum dieses getrennt sehen aufzulösen und alles als Brahman zu erkennen gut das ist ein weiterer Punkt könnte da auch immer wieder tiefer drauf eingehen aber sonst kommen wir hier mit der Zeit nicht klar so dann wird über Satya Loka gesprochen ich hab da nochmal nachgeschaut Satya Loka ist gleichbedeutend mit Brahman Loka das ist der höchste Planet innerhalb des materiellen Universums Brahman der sekundäre Schöpfer des Universums residiert da dieser Ort ist nicht ewig das heißt die dorthin befreiten Lebewesen haben die Möglichkeit am Ende des Lebens von Brahman das mehrere Milliarden Jahre dauert dann mit ihm zusammen befreit zu werden in die spirituelle Sphäre weil es wird ja auch in dem Text hier nochmal gesagt eine Union die durch den mit ihm derart verbundenen Devata das heißt Devata ist hier nach meinem Verständnis dann Brahman in die endgültige Mukti vollendet wird ja das hat der Jense Gong hier als Geist übersetzt kann man vielleicht nochmal drüber nachdenken ob es vielleicht nicht doch sich hier auf Brahman bezieht und wenn Brahman dann seinen feinstofflichen Körper aufgibt und in die ewige Sanatana oder Waikuntasphäre übergeht dann gehen diese dorthin befreiten Seelen mit das ist also keine direkte vollkommene Befreiung dann noch eine Sache wo ich denke das ist wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler gewesen und zwar wird da gesprochen von Seelen und Körper sind Werkzeuge durch die man eine getrennte Erfahrung macht etc also ich denke das sollte wahrscheinlich hier Geist und Körper heißen weil die Seele nimmt zwei Körper an einmal den feinstofflichen den Geistkörper und den grobstofflichen so haben wir auch hier gehört in der Beschreibung Stula-Sharira und Shukshima-Sharira also ist nicht die Seele ist nicht das Werkzeug sondern der Geist dann ja Shiva und Shakti die Kraft die sie als Shiva selber ist eins mit ihm im Bewusstsein dann es ist interessant mal drüber auf einzugehen was ist denn diese Einsheit im Bewusstsein mit Shiva was ist denn Shivas Bewusstsein da gehe ich dann nochmal separat drauf ein aus Zeitgründen dann hier am Ende und bis zum nächsten Video